Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor acht. Waldbrände in Brandenburg und Sachsen. Trockenheit in vielen anderen Regionen auch bei uns in Deutschland prägen diesen Sommer schon seit einigen Wochen. Aber es gab auch oder es gibt auch Ausnahmen. Hier die Satellitenbilder des heutigen Tages. In der Nacht gab es Gewitter und auch heute tagsüber noch immer weitere Regenschauer im Süden Bayerns. Und dann gibt es auch dieses Wolkenband hier über der norddeutschen Tiefebene, das sich gerade langsam an den Nordrand der Mittelgebirge angelehnt hat. Und in beiden Regionen gab es Regen. Vor allem im Süden Bayerns wurde es örtlich sogar richtig nass. So zum Beispiel in Ettal 52 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Davon können wirklich viele andere nur träumen. In Halle in Westfalen, in Nordrhein-Westfalen gab es heute immerhin bei einigen Regenschauern bis zu 14 Liter pro Quadratmeter. Aber wenn wir uns die Regenradarbilder anschauen, die aktuellen, dann sehen wir auch, es ist meistens dann eben doch nur der Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt vor allem hier von NRW über den Westerwald und über die Mitte Deutschlands hinweg in Richtung Süden Brandenburgs einzelne Schauer. Aber dieser Regen, der bringt definitiv keine Linderung in den Waldbrandgebieten hier an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. Heute Nacht werden diese letzten Regenschauer vor allem in der ersten Nachthälfte sich langsam weiter in Richtung Süden voranarbeiten. Aber es ist, wie gesagt, nicht viel Regen, sonst bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen gehen im Norden zurück auf 9 bis 13 Grad, in der Südhälfte auf 13 bis 16 Grad. Morgen Vormittag haben wir dann die Reste dieses heutigen Regenschauerbandes. Eher so in diesem Bereich Schwäbische Alb, Fränkische Alb bis rüber zum Erzgebirge, wo es einzelne Schauer am Vormittag geben kann. Sonst eine Sonne-Wolken-Mix. Am Nachmittag dann aus diesen Überresten noch vielleicht letzte Schauer und Gewitter rund um den Bayerischen Wald. Und ansonsten werden die Wolken zunehmend kleiner, die Sonnenanteile morgen Nachmittag in vielen Regionen auch schon wieder größer. Die Temperaturen erreichen mal Zeit zum Durchatmen und Durchlüften. In der Nordhälfte 18 bis 21, 22 Grad, in der Mitte 22, 25. Im Südwesten im Süden Baden-Württembergs 28 bis 29 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus nordwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten übermorgen am Donnerstag wird es im Süden schon wieder heiß mit bis zu 32 Grad. Am Freitag kommen weitere Schauer und Gewitter, die dann örtlich auch mal wieder etwas mehr Regen bringen können. Das Ganze bei sommerlichen Temperaturen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.